David Zwirner aus New York, Hauser & Wirt aus Zürich und Whitestone aus Tokio. Große Namen aus der ganzen Welt, jetzt sind sie alle vereint in einer Stadt. Denn in Köln präsentiert sich das Who is Who der Kunstszene. Wir haben ungefähr 200 Galerien, ein bisschen über die Hälfte kommen aus dem Ausland. Jede Galerie zeigt im Durchschnitt so 10 Künstler, das heißt wir haben ungefähr 2000 Künstler präsent. Ja, man müsste monatelang reisen, um so viele Galerien auf einmal zu besuchen und so viel Kunst zu sehen. Nicht nur für die Besucher, auch für die Künstler, wie Richard Jackson, der extra aus Kalifornien angereist ist, um hier zu performen, zahlt sich das Konzept aus. Es ist immer gut hier auszustellen, weil viele Leute kommen und meine Kunst sehen. Meine Arbeit ist temporär, nach der Ausstellung wird sie vernichtet. Es ist genauso viel Arbeit, ob ich das jetzt für 5000 oder für 50 Leute aufbaue. Also ist es gut, dass viele Menschen hierher kommen und es sehen. Schon zum 50. Mal ist die Art Cologne die Messe für die bildenden Künste des 20. und 21. Jahrhunderts und ein Tummelplatz für Sammler, Galeristen und Kunstfans. Für mich persönlich, 50 Jahre Art Cologne, internationaler Kunstmarkt, bedeutet ein großer Meilenstein. Also wir sind die erste Messe von dieser Art, die sich mit zeitgenössischer Kunst, mit klassischer Moderne und Nachkriegskunst beschäftigt. Ich freue mich besonders, also ich bin begeistert. Die Geschichte der ältesten Kunstmesse der Welt wird anlässlich des Jubiläums besonders gewürdigt. So gibt es Sonderschauen, eine Sonderpublikation sowie eine Ausstellung, in der 50 Kunstwerke aus dem Gründungsjahr 1967 präsentiert werden. Es gab nicht einen vorherrschenden Stil, sondern viele verschiedene Richtungen, in der die Künstler arbeiten. Und man sieht vor allen Dingen, wie aktuell, wie modern, wie vorausgreifend doch viele Werke damals schon waren. Oder auf der anderen Seite, dass viele Künstler heute sich wieder auch auf Retrospektiv, auf die Kunst dieser Zeit beziehen. Gegründet als Kunstmarkt Köln wurde der Standort gezielt ausgewählt. Das Rheinland mit den angrenzenden Benelux-Ländern war damals und ist heute noch Europas Region mit der höchsten Industrie, Kapital- und Sammlerdichte. Das Publikum sind teilweise wirklich Sammler, die schon sehr, sehr, sehr lange sammeln und hier im Rheinland verankert sind. Und die zu sehen und auch zu sehen, was die für eine Geschichte mitbringen, eben gemeinsam mit dieser Messe, das macht schon ein bisschen das Flair auf jeden Fall auf der Art Coulon noch aus. Mit 5,5 Millionen Euro ist dieser Chagall das teuerste Werk auf der Kunstschau. Aber nicht nur Hochkaräter, auch Schnäppchen wie diese handsignierte Fotokunst von Joseph Beuys für nur 380 Euro finden sich auf der Messe. Wie immer gibt es auch im 50. Jahr der Art Coulon Kunst, die gefällt und Kunst, die provoziert. Das liegt allein im Auge des Betrachters.